Mit dem Knolle Der Film sieht unmöglich aus, finde ich, und da sollten wir vielleicht mal gucken, dass wir da was noch dran ändern, aber ich weiß auch nicht. Was sagen da nochmal so unmöglich aus? Der sieht so aus wie so ein Klotz, ey. Der eine ist ja so angeschrägt, auf der anderen Seite haben wir das versucht, ist nicht so. Irgendwie müssen wir noch ein paar Schnickschnack-Sachen dran machen, damit der ordentlich aussieht. Das würde ich jetzt sagen. Schnickschnack-Sachen. Da komme ich nicht weiter. Auf der anderen Seite ist gar nicht in der Mitte. Das eine Fenster ist auch nicht in der Mitte, ne? Genau, warte mal, ich bin ja hier. Wo bist du jetzt? Ich bin unten, links. Da, das muss da noch weg, ne? Mhm. Noch einer, oder? Hm, nee. Aber da muss auch mal einer weg. Genau über dir der jetzt. Der oder? Jetzt passt das Fenster wieder. Nee, warte, da musst du links noch einen. Und da auch noch einen. Jetzt sieht's gut aus? Nein. Na gut, jetzt was anderes ist, klar. Jetzt ist mit dich auf jeden Fall das Fenster. Ja. Oder nicht? Gut. Auf der anderen Seite immer noch selber. Ja. Da musstest du nur einen zubauen schon. Und da muss ich einen zubauen? Ja. Hier ist es zu breit, oder wo? Warte. Andere Seite, da musst du zubauen. Da muss noch einer hin. Ja, generell diese. So, oder was? Die muss ich zubauen. Ja, genau so. Dann passt's. Nee. Auf die andere Seite musst du dann bauen. Okay. Warte mal, das heißt, der ist hoch, der muss weg, ne? Ja. Der muss weg. Und der muss weg. Dann müssen jetzt noch drei, also noch zweimal jetzt musst du in die Richtung. Zweimal? Ja. Und nee, einmal noch. Also jetzt. Muss da oben noch einer weg, oder wie ist das? Nee. Der? Ja. Dann der daneben. Nee, dann ist das Fenster anders wie das gegenüber. Irgendwas passt da nicht. Also das ist richtig, aber hier oben muss irgendwas verkehrt sein. Warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf hoch da auf der Seite. Und hier sind's vier? Nee, sind auch fünf. Ey, du musst da noch einen links hinbauen, ne? Hier. Ja, oben. Da muss... Ecke. Nee. An die Decke. Ach da. Was machst du denn jetzt? So? Ja, genau so, und links an dem halt auch noch. So? Du hast da unten zubauen. Ja, wegbauen, meine ich. Jetzt passt's da oben. Man solltest jetzt symmetrisch sein. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das Fenster ist jetzt zwei, vier, sechs breit. Ist es da auch sechs breit? Tatsächlich ja, sieht so aus. Und das von der Stirnseite kannst du von da gar nicht sehen, wahrscheinlich, ne? Da ist auch grad Dreck vor. Okay, warte mal. Eins, zwei... Aber ich würde sagen, dass wir die Fenster vielleicht noch zwei nach unten bauen vom Turm. Weil sonst sieht man... Sonst sind die viel zu gequetscht. Wie zu gequetscht? Ja, dann sieht das irgendwie so aus, wenn die... Warte mal, eins, zwei, drei, vier, fünf. Hier müssen ja auch sechs sein, aber das geht hier nicht, ne, oder? Nein. Dann ist es nicht symmetrisch auf dieser Seite, ne? Ja, müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen, ne? Aber hier außen gefällt's mir ja auch irgendwie noch nicht so ganz, ne? Nein, hier sieht das so sehr schrecklich aus. Das hier oben geht ja alles schön. Wenn man von hier guckt, das sieht unwahrscheinlich hässlich aus. Machst du jetzt noch ein Fenster da rein, oder was? Ein Ding ins da rein. Weißt du, was du immer machen kannst? Machen wir weiter da, die zwei weiter. Und vor dem Fenster eine Steinreihe davor. Nach außen hin, verstehst du, was ich meine genau? Ja, so, ne? So, und das machen wir, dann lockert das vielleicht ein bisschen auf oder sowas. Und wir können das vielleicht auch ganz rumziehen, diese ganze Schiene da. Dass der Turm so eine Abtrennung hat da. Ne, 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 nicht nach oben, sondern einmal um den Turm rundherum. Weißt du, wie ich meine? Ach so. Jetzt einfach weiter rumziehen. Oh, super, das hat gut geklappt. So. Und Stein alle. Ich hab noch zwölf Stück. Und jetzt fehlt mir einer. Warst du noch einen? Ich hab noch welche. Brauchst die Fenster da leer, ne? Das passt dann da, oder? Was haben wir sonst? Ja, das passt schon dann, okay. Also hier müssen sowieso die noch alle weg, ne? Ja. Jetzt hast du da schon so ein Dreckkreuz gemacht. Man sieht, dass du im Kathedralenbau richtig drunter bist. Ich weiß nicht, was du meinst mit Dreckkreuz. Der Stein da unten muss weg, weil der ist so tief da. Ja, der wollte irgendwie wegmachen, dann bin ich runtergefallen. Okay. So, und der muss jetzt da hin. Ja. Ne, warte mal. Lass uns das hinten so zubauen. Wo zubauen? Ja, hier hinten. Den Turm. Wo bist du? Wo zubauen? Ich verstehe dir nie, was du meinst. Ey, du bist da mir vorbei. Hier so weit auch immer. Du musst es zubauen. Äh, wie jetzt? Ja, so wie hier vorne. Das ist nur ein und das. Achso, meinst du das? Okay. Weil ich glaube, es sieht schon total schrecklich aus. Naja. Das meinst du, dass wir es einfach hier vergrößern, ne? Das Treppenhaus vergrößern in dem Sinne, ne? Ja. Die Frage, was muss weg, was bleibt, ne? Das ist die Frage, ne? Ich habe keinen Stein mehr. Hm. Okay. Minecraft-Musik. Minecraft-Musik ist total still bei mir. Bei mir ist hier total laut, glaube ich. Zack. So, ich habe keine Steine mehr. Gehen wir nach unten. Ich auch nicht. Hier liegt noch unten auf jeden Fall. Jetzt hat er mir den vor der Nase weggeschnappt, den Stein, der da lag, ne? Ich habe gar nicht gesehen, dass es einer war. Ja, da lag einer, wo du runtergefallen bist, der Lahrenstein. Oh, jetzt habe ich mich nicht gesetzt. Liegen irgendwo hier noch welche? Ne. In der Öffnung sind keiner mehr. Das heißt, ich gehe mal gerade zu Damakasch. Oh, gerade runtergefallen. Ja. Was hier? Na, Kathedraht. Sollen wir gerade pennen, weil Nacht und so? Ich glaube, kommt gerade wieder, ne? Ja. Kommt gerade wieder die Nacht, oder? Wohin gehst du? Ich habe nur einmal geguckt, ob der Mond schon da ist. Liegt da ein Stein, den habe ich aufgefangen. Einstein liegt da? Ja, Einstein lacht da. So, da ist wieder Tag. So, und jetzt müssen wir gucken, was wir irgendwie hinkriegen. Was zu essen haben wir da auch nicht mehr. Das heißt, ich gehe mal gerade zu Damakasch und ein bisschen Weizen und Steine. Okay, Brot hätte ich aber noch ein bisschen. 30 Stück. Habe ich aber nicht. Tja. Ja, ich habe noch keine Vorstellung, wie das mit dem Turm werden soll. Hier unten liegen noch zwei Steine. Da nicht. Wie machen wir das? Gute Frage, ne? Jetzt gehe ich mal ein Stück weg und gucke mir das erstmal an, wie das da aussieht. Ich glaube, das mit der Dingens, das hat schon was gebracht in dem Sinne. Mit dieser Kante da drumherum. Und die sollten wir vielleicht ganz oben auch noch einmal machen. Dann sieht das ein bisschen aufgelockert, der Turm aus. Dann ist der nicht so wuchtig. Verstehst du? Ich gehe mal hoch und gucke, dass ich von oben schon mal da was setze, damit wir das mal... Drei Stück habe ich noch. Aha. 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 Da kommt man hoch, glaube ich. Oh, hier hat einer eine dicke, fette Treppe gebaut. Aber wie kommen wir weiter? Gar nicht doch darüber. Ja, was ist denn der Sound so laut? Obwohl, hier ist schon so eine Kante, oder vertue mich, ne? Das ist noch keine Kante. Ach, da haben wir das so gemacht. Alles klar. Das ist die Turmspitze. Ja, ich glaube, das ist auch nicht die Lösung mit dem Turm, oder doch? Von unten sieht man die, glaube ich, gar nicht mehr. Kann das sein? Was? Die Turmspitze. Doch. Und unten steht, sieht man gar nicht den Spitzenzusammenlauf. Kann das sein? Doch, klar. Doch, okay. Sind da schon Treppen dran eigentlich? Wo? Am Turm. Äh. Nach ganz oben, ne? Die, die, du meinst jetzt so Halbsteine für, für so Stufen, damit das stufiger aussieht, ne? Ne, ne, ganze Stufen. Ich bin da runtergefallen. Wir machen ja keine halben Stufen, wir machen ja ganze Stufen. Also Treppenstufen, meinst du, da hoch, ne? Ne, das haben wir noch nicht. Jetzt kann ich lassen, schön mal, wie ich hier wieder hochkomme, ey. Muss ich ganz außen rum? Da hoch? Ja, ich glaube, ja. Oh, hier steht's aber in der Werkbank, oder? Ist das eine Truhe? Da rüber, das ist eine Truhe. Da hoch. Nein, ich sterbe. Du bist gestorben. Also Streppen hab ich hier genug erstmal. Ja, okay. Unterwegs hätte ich vielleicht noch eine Stube gebraucht, aber sonst geht's. Shit, wo bin ich jetzt gestorben? Da hinten am Turm, da muss ich da wieder hin. So war's, du. Runtergefallen. Kein Baugerüst, nix dran, da, ne? Komischer Handwerker, der das gemacht hat. Ja. Oder Architekt. Genau. Und dann liegt hier noch so viel. Weiß gar nicht, warum. So, aber ich glaube, dass ich zurückfahre, merkt ihr wahrscheinlich gar nicht mehr, weil dann ist die Folge schon um. Okay. Brustpanzer. Helm hat's auch alle nicht gebracht, ne? Ist noch eine Hose da, ja. Gut. Ja, drei Steine haben wir da. Die Axt. Oh, Mist. Oh, Mist. Ist das ein Zimmermann, oder wie wär das? Äh, war das alles meins? Ups. Was denn? Ich hab auf der Eisenbahnstrecke, hab ich aus Versehen zwei Dreckblöcke platziert. Okay. Ich glaub, da fährt man trotzdem durch. Oh, okay. Egal, der nächste wird sich ärgern. Na, toll. Aber du bist schon weg, oder was? Ja. Ich hab da mein Schwert in der Hand, hab rechtsklick gedrückt zum Locken, weil mir langweilig war und hab mich gewechselt und dafür mir gesagt, oh Mist. Ja, hoffentlich, hoffentlich, du lässt keiner nach Matasch erzählen, dass wir das waren. Okay. Müssen wir mal gleich irgendwann oder in der nächsten Folge oder so wegmachen. Seht schon, komm, wir wollen in der nächsten Folge auf den Server. Gesperrt. Okay, dann würde ich aber schon fast bald sagen, können wir auch diese Folge beenden, oder? Jo, hab ich ja eben schon gesagt. Wo bist du? Ich, ich bin jetzt gleich schon wieder bei der Kathedrale. Gut, okay. Oder von der Scheinze im Hebel. Und die Spitze siehst du ja nicht, ne? Geh ich von aus. Doch, die sieht man. Sieht man? Ich war davon überzeugt, dass man die nicht sieht, aber ich hab jetzt auch nicht so genau geguckt. Vielleicht lag's da dran. Ja, aber man bräuchte schon irgendwelche Stufen. Für die Spitze, die sieht unmöglich aus, ne? Mhm. So, jetzt möchte ich erstmal... Sieht aus wie so eine schlechte Rakete. Schlechte Rakete, okay. Aber die Stufen bauen wir dann auch in der nächsten Folge dann an. Ich hab Angst. Da sieht er runterfallen. Ich glaub, ich baue den da hin. Ja. Ah, das hat wieder gut geklappt, ne? So, den muss ich noch abbauen und dann will ich den da aber wieder hinsetzen. Damit man nachher eine Übersicht hat von unten, wie das oben aussieht. Mhm. Gut, okay. Ich bin oben. Oben auf der Kathedrale? Nee, auch nicht auf der Kathedrale, sondern auf dem... Da, wo man noch tief rumkommt. Auf dem Kathedralenberg. Ja, das ist gleich. Okay. Ich komm mal grad da hin. Aha. Ich krieg' nen Drehwurm. Jetzt weißt du, wo ich bin, ne? Mhm. Auf der Treppe. Auf der Treppe, genau. Jetzt komm ich nach vorne. Jetzt bin ich vorne. Gut. Tür auf. Tür zu. Und dann würde ich sagen. Recht, dass ihr nirgendwo das zuschauen. Und wir würden uns freuen. Wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. Jetzt bin ich. Ich bin hier oben. Vielen Dank.